Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute öffne ich mit euch Magic Mixies Mixlings. Also es sieht so aus, es ist ein kleiner Topf. In einem anderen Video habe ich den großen Topf präsentiert. Und jetzt öffnen wir diesen süßen kleinen. Also dieser Topf hat eine Figur. Ich bin mir nicht sicher, es sind vielleicht zwei welche überall, so zwei Magic Mixies Mixlings drauf sind. Das ist ein bisschen hier gerissen. Guck, es sind zwei da drauf. Und da kriegt man einen von denen. Oder einen. Also wenn man es schüttelt, hört sich das schon ein bisschen an, dass es zwei sind. Okay, wir öffnen es mal und gucken. Hier sind extra so Hilfen zum Öffnen da. Aber ich denke auch nicht. Ich bin so gespannt, das zu öffnen. Und zu gucken, ob es zwei sind. Ähnlich gesagt, macht mir das Auspacken daran wirklich Spaß. Das ist das Beste. Und die Überraschung ist ja klar auch das Beste. Oh mein Gott. Hier sieht man den Rauch. Man hat ja die Knicks nicht. Okay, was soll man jetzt noch machen? Was ist das für die Stücke? Ich mache den einfach mal raus. Geht's wieder rein. Ich schreibe mal den Kristall. Oder öffne einfach mal so. Ach, aufschrauben. Nein, in die andere Richtung. Okay. Gucken wir uns die Anleitung mal an. So, jetzt weiß ich's. Schritt 1. Den Stecker rausziehen. Oh, so tiefer da ist drinne. Schritt 2. Den Zappelstab so rausholen. Schritt 3. Hier so reiben. Am Kristall. Es gibt so, ähm, Magic Mixis in ganz groß. Ähm, im Topf da, wo, ähm, die so weich sind. Ähm, dann so mittel, so wie die. Und dann gibt's noch ganz, so ein bisschen kleinere. Einen ganz kleineren hatte ich schon mal. Aber, das war da, ähm, mit, nur mit einer Figur. Und in denen könnten zwei sein. Weil hier sind noch zwei Magic Mixis. Das steht doch drin. Ich schreibe doch. Aber da kommt ja nichts. Okay, dann machen wir einfach weiter. Schritt 4 auf dieses Symbol hier so. Draufkloppen. Es sind zwei. Es sind zwei. Oh, aah, wie süß. Einmal mit den Flügeln, die Sorte. Und einmal mit den Leuchtenpfoten, die Sorte. Schreibt in die Kommentare, welchen ihr hübscher findet. Ich finde beide am hübschsten. Beide hübsch. Dann ist hier noch eine Anleitung. Oh mein Gott, so viele Magic Mixis gibt es. Das gibt's doch nicht. Ich hatte schon mal Sohnen gehabt. Aber da war nur einer drin. Fehlt da also einer oder was? Bei den hatte ich den da. Genau den. Der mit dem Mond und dieser Orange mit den Händen. Der genauso ist, aber nur ein Orange. Dann gucken wir mal, ob ich meinen sehe. Ich zeig's euch gleich. Und noch weiter? Der sieht so aus. Ach, die Flügel müssen wir erst mal reintun. Wo ist der mit? Ja, hier guckt. Da jetzt. Jetzt ist es so magnetisch. Ich kann es nicht ran machen. Flügel raus. Okay, wieder rein. Okay, der sieht so aus. Ohne Flügel also. Der zum Bäckchen. Das ist der. Ja. Der ist in der Muh. Sorte. Wie heißt der? Down. Oh, Down. Hallo, ich bin Down. Gucken wir, der andere. Der sieht so aus. Der muss auf der anderen Seite wohl sein. Weil der so eine solche Hände hat. Ja, das ist der. Wer ist der? Oh, Scho und Down. Und wer ist der, den ich habe? Ramzi. Hier ist noch ein, so ein, so ein besonderer, der, wenn man nicht weiß, wie der aussieht. Und das sind die ganz besonderen. Dann gucken wir mal, ob er leuchtet. Wir haben es gerade am Zulich gehalten. Und jetzt muss er dann jetzt leuchtet. Wow, wie schön es leuchtet. Wow. Und der kann so die Flügel. Gleich. Okay. Also gucken wir mal. Ich will nicht mal gucken. Ich glaube, ich habe schon ein Liebling. Der ist süß. Und der. Auf der anderen Seite finde ich den süß. Und meinen süß. Und den süß. Und den süß. Und den süß. Und den süß. Welchen findet ihr am süßesten? Und ich will noch mal gucken, ob es vielleicht jetzt leuchtet. Und hier kann man es auch wieder raufmachen. Guckt. Tadam. Und jetzt. Ich habe mich heuer schreckt. Ah! Dieses Mal habe ich mich voll doller. Als echt das letzte Mal. Oh Gott, wenn man jetzt den da rein tut. Und ihn dann zumacht. Dann kriegt man es nicht mehr auf. Weil da ja. Der Zauberstab ist dann. Dann kann ich sehen. Das aufmachen. Dann gucken wir uns nochmal die Sorten an. Also wir haben einmal die Sorte. Ähm. Mit Leuchten. Leuchten. Und die Sorte mit Flügeln. Ich will nochmal die Flügeln. Und jetzt fliegt. Und jetzt fliegt. Und der leuchtet hier. Leuchtet der immer noch? Oh ja, der leuchtet. Ja, der leuchtet. Eins, zwei, drei. Und das Spannendste ist, dass es zwei Figuren sind. Und hier in den Deckel kann man immer noch den Zauberstab so reinlegen. Dann kann man die Figur reinmachen. Die Figur reinmachen. Es ist wie so eine Aufbewahrungsbox. Tada. Jetzt hat man so einen Tragbeutel. Dann, wenn man spielen will. Dann muss man das öffnen. Dann muss man den Zubestatz in Keras holen. Ich weiß, wieso es nicht geht. Wegen dem. Okay. Dann ist man. Ich habe gar nichts getan. Jetzt ist rausgesprungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Flick, flick, flick. Hey, nehme ich mit. Okay. Okay.